Vorher waren die Gespräche sehr, sehr lang, die wir geführt haben und jetzt ist dieser Verkaufsprozess viel schneller, was natürlich auch zu mehr Abschlüssen führt. Ich bin der Marcel Mehnert, meine Firma Verkaufen mit Text und genau das ist auch der Inhalt. Wir schreiben Werbetexte, die verkaufen und das vorhine ich eben für LinkedIn, für Websites und auch Printbroschüren. Unser Angebot mit den Werbetexten ist ein sehr, sehr erklärungsbedürftiges Angebot, weil nicht viele kennen überhaupt auch diese Begrifflichkeit Werbetext und Copywriting. Und deshalb dachte ich mir, wie kann ich das an die Leute bringen? Ich habe über Pitches überlegt, über einen Elevator Pitch, wie kann ich das gut formulieren? Aber das war alles nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Love Film ist mega, also alleine dieser komplette Aufbau, diese Struktur, ich konnte mir das schon von dem Drehbuch her schon ein bisschen vorstellen, aber als ich das gesehen habe, total cool. Wir haben auch einen Love Film gewählt, wo ich selber gezeichnet wurde, perfekt getroffen, hat für sehr viel Spaß und Freude auch bei allen gesorgt, die das gesehen haben. Also ich bin auch hin und weg. Die Zusammenarbeit war sehr, sehr zügig, habe ich sie erlebt. Also ein ganz, ganz toller Prozess von ersten Kontakt über diese Art und Weise, wie ich mit den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen habe. Ich habe immer den Stand der Dinge parat gehabt und wurden immer schön die E-Mails gesendet, was jetzt gerade passiert. Also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und ich fand auch im Allgemeinen so eine sehr, sehr menschliche und vertraute Verbindung. Unser Love Film ist auf der Website präsent und auf allen Social Media Kanälen, die wir bespielen, also LinkedIn, Facebook, Instagram, überall draufgepackt. Und das bringt schon alleine eine sehr, sehr gute Reichweite. Ich werde echt oft auf diesen Love Film angesprochen. Ich habe den direkt auf mein Profil angepinnt, also so, dass man ihn immer sieht, wenn man auf mein Profil kommt. Und ja, da hat er eine sehr hohe Reichweite bekommen. Sehr viele Leute haben das kommentiert, haben mich darauf angesprochen, wie gesagt. Und einer der coolsten Faktoren noch, ich habe den immer auf dem Handy dabei. Das heißt, wenn ich irgendwie auf einem Event bin oder so, dann zeige ich einfach mein Handy. Wenn mich einer fragt, was machst du, kann er sich kurz 75, 90 Sekunden Love Film angucken und weiß sofort, was ich mache. Und ich spare mir dann natürlich genau das, was ich am Anfang sagte, dieses ganze Erklären, was ist denn überhaupt mein Angebot. Ich würde Love Film auf jeden Fall empfehlen an alle, die ein erklärungsbedürftiges Angebot haben, die sich auch so ein bisschen noch um die Worte ringen, um ihr Angebot zu erklären. Jeder, der mehr, ich sage mal, Bekanntheitsgrad steigern möchte, also auch das. Dann auch den Einzelsätzen für Werbung, für Social Media und jeder, der halt eben auch mehr Kunden noch generieren und vielleicht sogar Mitarbeiter darüber finden möchte. Love Film hilft.